Beginnen wir mit PokerStars. Wie gewohnt anmelden. WinHacks starten. Und den Prozess PokerStars auswählen. Primary Memory, markieren und OK drücken. Den Arbeitsspeicher nach SIDPPWD. Durchsuchen lassen. Den ersten Treffer ignorieren. Einige Bites nach dem zweiten Treffer sind Username und Passwort zu finden. Bei Titan Poker werfen wir zunächst wieder einen Blick in die Registry. Wir benötigen Nickname und Username. Titan Poker Client starten und einloggen. WinHacks starten. WinHacks starten. Speicher des Prozesses, Casino, öffnen. Speicher nach Username plus 17 Platzhalter plus Nickname durchsuchen. Tada, ein paar Bites weiter ist das Passwort zu finden. Schauen wir uns Pacific Poker bzw. 888 an. Auch hier der gewohnte Ablauf. Nur wird der Speicher hier nach einem Hexwerd durchsucht. Und wieder ist das Passwort im Klartext zu lesen. Wie schaut es bei Everest Poker aus? Geduld bitte. Denn wir sind da, die Kalb insea somehow und dann befinden uns schon wieder. Du gibst mich한ben. Und wieder Qua AP es dort in die Rande ist. Da sieht die Aufruhr aus. Und wieder was, ich habeируhaktion abijing. Bei Everest Poker wird der Speicher nach und Password gleich durchsucht und die Login-Daten gefunden. Die Login-Daten werden eingegeben aber noch nicht bestätigt. Mit WinHacks wird im Speicher nach dem Passwort gesucht. Erst jetzt wird im Poker-Client, OK, gedrückt. Die Darstellung wird aktualisiert. Das Passwort ist an der Stelle nur noch unvollständig zu finden. Party on Der Speicher des Party-Poker-Clients wird nach Pass-WD-Value gleich durchsucht und das Passwort entsprechend gefunden. Zu guter Letzt noch Full-Tilt-Poker. Auch hier wird nach einem Hexwert gesucht. Und das Passwort gefunden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, besondere Grüße gehen an Hekaton Shiren und vielen Dank an Poker-Olymp für die Veröffentlichung.